Servus Bros und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei FPB. Falls ihr das erste Video mit Luca noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt oben rechts auf euren Bildschirm klicken. Heute wird es aber Zeit für die ultimative Freistoß-Challenge. Der Luca hat schon so ein bisschen behauptet, dass er was drauf hat. Ich meine, ich habe jetzt die Klappe auch nicht gehalten bei dem Thema. Aber ich würde sagen, jetzt wird es Zeit, um herauszufinden, wer der Beste von uns drei ist, oder? Und die Challenge geht folgendermaßen. Heute wird von drei Positionen entschieden, wer der bessere Freistoß-Schütze ist. Wer als erstes von einer Position trifft, gewinnt diese für sich. Wer am Ende dann die meisten Positionen für sich entschieden hat, gewinnt die Challenge. Wie im ersten Video, wer es gesehen hat. Luca fängt an, dann Marco und dann ich. Ich glaube, der kam schon wieder überrascht. Aber der kam schon wieder überrascht. Fuck! Oh! Junge! Ja! Den habe ich schon drinnen gesehen eigentlich. Das muss jetzt aber auch deiner sein. Boah! Die Technik ist schon sehr smooth. Muss man schon wieder ein. Schaut aus. Oh! Der war aber hier. Der muss ich Brot mitgeben, dass der nicht draufhungert. Ja! Boah! Gute Mauer. Gute Mauer. Gute Mauer. Geht dann los. Schaut aus. Ja! Das ist auch noch zu viel Power drin. Ja! Nein! Bist du versichert, Martin? Ich wollte gerade sagen, ich musste ersetzen. Ja! Er tastet sich immer mehr ran. Er tastet sich immer mehr ran. Ich glaube, das macht ein Absicht. Und dann in den anderen beiden trifft er den ersten. Ja! Oh! Schönes Ding aber. Schönes Ding. Ja! Damit ist die Position geschlossen. Damit ist die Position geschlossen. Damit ist die Position geschlossen. Jetzt Position 2. War der? Ey! War der? Nein! Komm! Wir können gucken, wo er gelandet ist. Also wir können mal ganz kurz in die Kamera reingucken, würde ich mal behaupten, oder? He! Ja, jetzt wird das die ganze Zeit sagen! Ja! Oh mein Gott! Ich hab jetzt noch ein Scheint gefangen. Das hat jetzt einfach noch ein Scheint gefangen. Ja! Oh mein Gott! Das hat aber schon mit der Schatten gefangen. Ja! Oh, der kam schon stark! Marco, zeig was du drauf hast! Kopfballverlängerung! Oh, der ist der Lieblingsball, hab ich gehört. Da gehört der Junge auch hin. Der Junge hat aber auch gar kein Glück heute! Nein, Mann, Alter! Oh, Junge! Was ne Maschine im Tor! Da muss man den Streich anrufen, glaube ich, oder? Das geht's doch nicht! Will ihr mal probieren? So, Bros, ein bisschen Glück gehabt, ja, ein bisschen Unglück, aber wenn ich sage, es verdient, ist schon okay, oder? Es war ne schöne Genugtuung gegen Luca zu gewinnen. Schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast, danke dafür! Marco, schön, dass du mitgefahren bist, danke dir! Bros, falls euch das Video gefallen hat, lasst uns mit einem Daumen nach oben wissen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein! Ciao!